Ja, hallo erstmal wieder... Oh! Und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und wir gehen jetzt mal hier rein. Das ist doch bestimmt dieses Geschäft von CrazyL. Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu! Haha! Upgrades! Bei der Anpassung sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Aridium. Cash ist was für Clouds! Zwei AHMC, okay. Was ist das hier? Speicherdeck erhöht darauf die Menge an. Assault Riffle-Musizieren, die du mischen kannst um 140. Aha. Ach, das wird ja gleich eingezeichnet. Welche Munitionsart? Links unten denn, ne? Na gut, ich bin nur... Bist du drin? Ich sehe dich vor mir stehen. Ja, ich stehe. Du musst das auch machen. Du musst das auch machen. Was muss ich machen? Na, da rangehen und da E drücken. Ach so, ich... Ah ja. So, und dann kommen die ganzen Upgrade-Stacks-Dinger da. Hauptsächlich um Munitionmenge geht es hier. Ah. Die du steigern kannst. Ah. Ja, kannst du auch so um welche Munitionsart. Hm. Die kosten alle vier. Iridium. Okay. So. Ich nehme mal die Riffle-Musition für Sturmgewehr, ne? Ist doch... Ja. Äh. Ah, wir kaufen. Kannst du übrigens vergessen. Gut. Ach, kann man noch was kaufen? Wir haben ja neun gehabt. Wir können ja zwei Sachen kaufen, wenn wir wollen. Hm. Erhöht dauerhaft die Anzahl an Korbjekten, die du im ZEV ablegen kannst um zwei. Hm. Ist nur die Frage... Wo ist der ZEV, ne? Ja. Wenn sie Rucksack geschrieben hätten, hätte ich es sofort genommen. Ja. Äh. Launcher. Also Raketenwerfer. Äh. Shotgun-Munition. Hm. SMG-Munition. Sniper-Rüffel. Wollen wir auch mal erhöhen? Ja. Hilf dir haffentlich bei einem K. So. Dann wären wir eigentlich fette. Fettig. Mehr können wir eh nicht kaufen. Hau ab! Du bist noch dabei, ne? Hm. Hm. Ich guck mir mal noch ein bisschen schnell um hier. Ob hier noch irgendwo ne Kiste ist. Ja. Du 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 du. Hau die dritte Treibstoffzelle ein. Kommt jetzt. Ah. Tja. Okay. Dann müssen wir da noch mal zurück zum Marktplatz. Ja. Ja. Dann müssen wir da noch mal zurück. Hm. Wo bist denn du? Da. Hier? Ach da. Ja ja. Ja erzähl ich. Gott Gott. Wir müssen da noch mal hin. Ja. Und irgendwie da rüber. Hm. Ah. 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 Ach da. Ja. Äh. So Treibstoffzelle einbauen. Ja. Ja. Du weißt ja. Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff. Klar? Tja. Du hast mir gerade geholfen seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst. Denn diese Stadt hebt ab. Hebt ab. Hebt ab. Ich geh mal aus und wieder raus. Warum? Wer weiß. Wer weiß was passiert. Oder auch nicht. Okay. Mist. Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rowlands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Mhm. Das ist ja auf dem Radar wo wir hin müssen. Nach links. Nach links. Irgendwie. Ja. Du musst Jacks Gesicht entfernen. So. So. Jammerjäger. Komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich da gelassen. Gut. Wo rein? Geradeaus? Oder rein? Geradeaus? Denk ich mal schon. Redkordel. Crimson Riders Hauptquartier. Aha. Ist es da drin? Öffnen nicht möglich. Muss wieder zurück. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Aha. E reden. Warte mal. Das ist der mit dem wir reden müssen. Ja. Damit weiß ich dass wir Hyperion schlagen. Besorge den Schlüssel zu Rowlands Kommando Zentrale. Aha. E aufnehmen. Das ist der Schlüssel. Gott. Ja. Jetzt kommen wir durch. Guck mal hier ist grün. Jetzt kommen wir dahin. Yes. Yes. Gut. Ja der geht. Dann geht. Du darfst auch die Türen öffnen. Haha. So. Abschluss. Das ist jetzt. Echt und nachricht ja. Hm. Ich hör nichts. Muss raufklicken auf X ne oder? Ja wisse. Auf E. Auf E. So. Ende. Naja. Was gab's. Erhöht die Anzahl der Schusswaffen die du ausrüsten kannst. Aha. Hey Soldat. Wenn du dies hörst stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das einzige was zwischen dieser Stadt. Scheiße dem ganzen Planeten. Und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Wir dürfen noch ein bisschen umgucken. Moinny. Ich bin zuhause. Viel Glück. Okay das war's. Deine Belohnung hast du auch abgeholt ne? Ja ja. Wir haben abgeholt. Oh Gott. Ich will kurz mal in den Inventar gucken. Da muss ja irgendwo das Ding sein. Da muss er meist aktivieren ne? Äh. Äh. Nö. Ist nirgendswo. Vielleicht unter Skill-Punkte kann ich viel vergeben. Endlich zahlt sich mein Training aus. Wo sind Skill-Punkte zu vergeben? Inventar und ein nach links. Äh nach rechts. Inventar und ein nach rechts. Ja davon aus wie ein Fahnenkreuz. Achso. Aha. Skill-Punkte wie viel? Ja ich auch. Ja. Da kannst du Token einlösen. Aha. 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 So. Schildkapazität kannst du erhöhen. Granatschaden. Ruhige Anfänger. So. Ruhige Anfänger. Das erhöht die Maschinen. Oh. Das war's schon. Mehr nicht. Mehr gibt's nicht. Doch. Feinde. Danke. Danke. Und wie mach ich das jetzt? Weiß ich auch nicht Olaf. Ja ich weiß schon. Deswegen. Ich babbel vor mich hin. Es gibt immer noch etwas zu lernen. Ja dann oben da läuft doch da so ein Kreis ne. Da steht 0 von 1. Da hab ich da. Da kannst du auch runter gehen. Aufs Auge oder wie auch immer. Und wieder auch nach oben da. Nach oben gehabt. so. Ne. Da hab ich einfach auf Punkt ausgeben gedrückt. Habe ich jetzt. Es ist grün bei mir. Du musst mir erst den obersten freischalten. Grün. 1 von 1. Genau. Und dann kannst du da das nächste unten. Das Auge oder das Herz. Ich weiß nicht wie es bei dir aussieht. Nach links und rechts schalten. Bewegung, Harmonie und Verheerung. Oder wie das bei dir heißt. Ich weiß nicht wie es bei dir heißt. Du hast 3 Registerkarten. Einmal in der Mitte. Dann links und rechts. Aha. Und da kannst du dann verteilen. Da kannst du mal. Inspetise. Einschlag. Overload. So. Da ein Verteilung. Verhalte wieder. Die Schaden und produktive Schmerz aller Waffenarten. Gott. Statt in das Auge, den Krieg, den Treffelschaden und den Nachkampfschaden. Gott. So. 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 Die sind rot bezeichnet. Zwei von fünf. Eins von fünf. Das sind zwei keine Skillpunkte mehr. Ja. Ich habe auch eins, zwei, drei verteilt und den ganz oben. Das waren vier. Und werden ja nur vier Skillpunkte. Ja. Ja. Das war es denn dann. Müssen wir ja irgendwie welche kriegen irgendwann mal. Ja. Aber der obere ist grün. Ja. Und die anderen sind rot. Die können seine. Ja. Aber du hast sie ne. Verteilt. Ja. Yes. So. Jetzt gehen wir mal kurz gucken was ist hier. Guck mal da. Kiste hier. Äh. Warte. Was habe ich jetzt. Ich habe eine Action Skill. Jetzt habe ich nicht gelesen was ich einsetzen muss. Ich muss irgendwas machen. Ich weiß nicht wo du bist. Hier. Ich stehe hier rum. Ja. Was ist hier? Na du schaust verlebt aus Mädel. Ja. Hat mich gesehen. Hehehe. Gehen wir da zur Tür. Äh. Sieh du mal hier. Gehen. Ja. Ging. Bei mir. Ging. Nee. Bei mir auch nicht. Okay. So. Gehen wir mal hoch. Wir müssen bestimmt hier hoch. So wie es aussieht. Die Raude war doch hier ne. Ja. So. So. Also zu seinem Büro. Auch hier so ne. Tür. Gehen wir mal rein. Ach. Hier. Sein C. Da ist die Raude hier. Sein C. So. Echo Recorder. Hä. Mission Objekte. Jimmy. Vielleicht enthält. Ach. Ääh. Benny. Hey. Euiddurk. Ach. Waeäh. Oh. Nieuih. Silberta. 아니u. Meine Ruderleute werden sterben. Der Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hat, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Also, das ist ein Ziel, wo du auf was Ausrüstung lagern kannst, ne? Oh, na gut. Ja, wenn du wieder rausgehst, dann steht nämlich da, wenn du nicht drangehst, Ausrüstung lagern. Ausrüstung lagern, ja. Ja, komm, wir suchen noch ein bisschen weiter hier. Dö, 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 dö. Ob hier noch was ist, ne? Jetzt wieder raus. Kommen wir hier rüber. Ja. Komm. Wir müssen ja wieder zum anderen da irgendwie hin. Die Ausrufezeichen sind bestimmt in die Mission, oder? Puh. Wenn es so wie im anderen Spiel ist, ja. Können wir uns ja mal eine nehmen hier, die irgendwo ist. Hier, Anni, was ist denn da? Ja, das ist ja nicht. Schwierigkeit nochmal, okay. Äh, annehmen, ne? Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Die als Banditen getarnte Hyperion-Spielunde haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Töte Assassin Watt und leg, leg Watt mit einer Pistole um. Oh ja, okay. Ja, ich hab eine, ich hab eine in der Hand. Ich, ich auch. Komm, weiter, hier rum. Du hast keine Pistole in der Hand. Ne, aber ich hab eine bei. Die muss ja nicht gleich in der Hand haben. Muss ja nicht immer mit Pistolen herlaufen. Ich will mal großen Schieseisen zeigen. Höhöh. So. Schön gemächlich. Nicht rennen. Dahinten ist eine Kiste, ne. Ja. Nicht rennen. Ganz gemächlich. Laufen. Kiste. Öffnen. Was ist da, Munition? Oh Gott. Oh gut. Gut. Hier raus, ne. Ja. Ja. Da raus und irgendwo da muss es sein. Da ist was anerdeckt. Da ist was rotes gewesen gerade. Töte die Assassins. Töte Assassins Wut. Wut oder wie er heißt. So hier schraffiert er, da musst du ihn erlangen oder was? Jaja angeblich. Sorense Divide oder wie er heißt. Reisen. Na klar. Beginnt in 2 Sekunden. Bin gespannt. Bin gespannt. Na gut. Ich hab erstmal Scharfschützengewerken. Muss ich denn noch umtauschen mit den Pistole. Oh, guck mal hier vorne. Ja. Oh. 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 Ich muss mal mein Scharfschützengewer umtauschen gegen ne Pistole. Sonst müssen wir ne Pistole töten. 41, ein Knarre. Ja Gott. Oh, ich muss ja unbedingt Leben kaufen irgendwo. Ja mit Glück finden wir was. Ja mit Glück finden wir was. Müssen mal ein bisschen umgucken. Bisschen umgucken. Sind ja genug Kisten hier. Guck mal hier genug Kisten. Mach ein paar auf, dann siehst du das nachher. Hm. So. Das ist Munition. Gott. Das war nur. Ne. Voll, voll, voll. Voll, voll. Hier sind noch ein paar Schränke. Oh. Ich hab ein Medikit entdeckt. Medikit. Wo denn, wo denn, wo denn? Wo denn oben? Ja muss hochkommen. Die Leiter hochkommen. Wo ist einer hier leider hier? Ich nehm du die andere ab da. Ich nehm du die andere hier. Augen auf bei Eierkauf. So. Hinten am Schrank. Den letzten Schrank. Ah ja, danke. Ah ja. Ich nehm du die. Ja. Tut ein bisschen näher jetzt. Guck mal. Da hinten liegt auch noch was. Da müssen wir irgendwie hochspringen. Auf einem anderen Dach. Oh, 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 oh. Bestimmt von hier aus. Ja. So waren wir doch gestern schon. Ja. Sieht vielleicht alles gleich aus. Ob wir gestern schon waren, weiß ich nicht. War gestern so alles bisschen so hektisch. Da war alles so. Ja. Ich bin gestern hier schon rauf gelobt. Ja, stimmt. Wir waren gestern hier. In der Kombination. Hier sind wir hier angekommen. Stimmt. Ja. So, irgendwo ist der Dude. Laut. Eine was? Unser Feind, der Dude. Ah, der Dude. Der wir töten sollen. Ja. Watt heißt der. Ja. Watt. Ja, sag man doch. Pflege Watt mit einer Pistole um. Man sagt doch Dude. Feind oder. Oh, kommen schon wieder die komischen Viecher? Ne. Die fliegen da oben umher. Okay. Ne. Pistole fallen lassen. Brauchen wir nicht. Ist so klein. Ne. Ja, Pistole ist gut. Geht schnell. Glauben wir es. Ich schieße gerne eine Pistole. Ja, deswegen war es ja tot. Ne. Ne. Der, der Ding ist tot. Der Vogel. Ne. Ich war nicht tot. Ne. Vor Höhen. Ah oa. Kommt noch ganz schön hier an. Knallfrosch unterwegs. Knallfrosch unterwegs, genau. Handvernatt. Der Vogel war es, ne? Okay, der ist abgeschmiert. Irgendwo ist noch einer. Na gut, weiter geht's. Ist das Tote? Ja. Da hätten sie doch auch süß ein Lager. Hier müssen wir noch mal rum. Bist hinter mir, ja, ne? Achtung, zwei. Ja, bist hinter mir, ja, ne? Hier liegt noch mal Heilung. Gut. Danke. Ach, die fruft sich gut. Stechender Kaktus. Der nicht, nee, der ist sprechender Kaktus. Der andere, der ist fährlich, der ist, der tut elektrische Dinger aus. Wie ist der? Ja, ist doch schön. Ach, so würde ich, ja, ja. Siehste. Wenn ich treffen, stechender Kaktus, auf. Ja, trefft er gerade von dem Vogel. Was ist das gemacht? Äh, so. Wir müssen ja immer noch nach da. Hier, in der Richtung. Hier stehen viele kleinen grünen Kisten. Öffnen, öffnen, öffnen. Alles nur Geld, gut. Geld. Öffnen, Geld. Na gut. Gut, warte. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, zwei Rauten, ne? Zwei Rauten, ja. Ja, da komm ich wieder. Oh, komm noch mehr. Klatsch. So. Monies, 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 so. Aber wieder ein Kaktus, okay. Da ist wieder ein Stein. Macht den mal kaputt, vielleicht ist wieder Heilung drinne. Wotor? Ja. Keine Heilung. Könnte ja sein. Habt ihr nicht, dass jedes Mal... Dollars. Dollars, gut. Na, Dollars werden ja geteilt. Ja. Und da ist wieder... Oh, da sind Pistole drin. Grimm TMP. Brauchst du eine? Ne, ich hab ne gute. Gut. Oh, da kommt eine. Ich brauch mehr Munition. Hey, ich hab keinen Wunsch mehr. Oh. Der ist noch irgendwo, aber hier. Gut, aber das ist halt hier. Und ich freue. Oh, Gott. Oh, jetzt hat mich kein Leben kaum noch. Ho, 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 ho. Na, 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 na. So ist es halt. Oh. Die Munition mehr? Ja. Ballert. Scheiße. Ja. Ich hab's gehört. Leergeballert. Scheiße. Ja, können hoffen, da bin ich noch was finden auf dem Weg dahin. Pistolenmunition? Haben wir noch drei Stück? Ehrlich? Pistolenmunition hab ich überhaupt keinem mehr. Ja. Na, wir kochen uns hier mal kurz um. So, was ist das hier? Was ist das? Fahrzeug, achso, Fahrzeuge. Müssen wir dein Fahrzeug nehmen, ne? Da steht nichts da. Ja, wir müssen ja wieder hier durch. Da, wo wir gestern auch schon waren, wo wir hergekommen sind, ne? Achso, ja, 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 ja. Wir können auch zu Fuß laufen. Ist bloß die Frage, ob das sich lohnt, ohne Munition. Da werden ja die ganzen Autos kommen, äh, die ganzen Monster. Ach, wir laufen mal durch, ne? Ja, probieren wir mal. Ah, man. Wir müssen ja Erfahrung sammeln. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. He, he. Hey, wie das wird, so, ne? Hier wird durchlaufen. Genau. Genau. Dann bedanken wir uns fürs Einschalten, fürs Zuschauen und sagen dann mal in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.